So meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem Video Die Corona-Maßnahmen in Deutschland sind sinnvoll Dreieinhalbmal weniger Tote pro Einwohner als in Schweden So, dann wollen wir mal mit euch zusammen, damit ihr auch seht, wie ihr diese Information nachprüfen könnt uns das Ganze anschauen So, gehen wir mal auf Chrome, Bruder So, gut Und hier seht ihr verschiedene Spalten Und dann gibt es die Spalte Deaths pro eine Million Population Also Tote pro eine Million Einwohner Ja Digga, dann schauen wir uns mal das Ganze an So, ich mache das mal ganz einfach für euch Ganz unten links in der Ecke seht ihr jetzt Schweden Schauen wir mal, wie viele Tote haben wir da pro eine Million Einwohner So, jetzt gehen wir mal ein bisschen runter Dann sehen wir eine scheiß Werbung erstmal, aber fick drauf So, jetzt mache ich das extra so, jetzt ist Germany ganz unten So, und in dieser Spalte, wo Schweden 233 hatte Tote pro eine Million Einwohner Haben wir in Deutschland 74 So, jetzt gebe ich mich bei der Kamera Also 74 Dreieinhalbmal weniger Wir haben in Deutschland zur Zeit 6000 Tote Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück Digga Weil viele noch kein Vorwissen haben Also warum ich das Ganze mit Schweden vergleiche Weil in Schweden wurde keine krassen so Schutzmaßnahmen durchgeführt Und allen so, ich sag mal der Gegenseite Die so sagt, ah das ist ganze Corona Bullshit Guck mal, in Schweden machen die gar nichts So, wie gesagt Da gibt es dreieinhalbmal mehr Tote Pro Einwohner Jetzt haben wir in Deutschland 6000 Tote Multiplizieren wir das mal mit dreieinhalb Sind wir bei 21.000 Also 15.000 mehr Findet ihr, wir hätten die Wirtschaft laufen lassen sollen Und dann sollen 15.000 Menschen sterben Ich weiß, viele Menschen gehen insolvent Haben jetzt weniger Geld Ist schade für jeden Einzelnen Aber wie viel Euro ist ein Menschenleben wert Wie viel Euro sind 15.000 Menschen leben wert Ihr könnt mir gerne Eure Meinung in die Kommentare schreiben Ob man überhaupt Menschenleben Geld Messen kann Ihr könnt mir auch von mir aus schreiben Ob ihr das findet, dass das ein Zufall ist Dass in Schweden, wo keine Schutzmaßnahmen Wie in Deutschland eingeführt wurden Die Sterblichkeit Pro Einwohner dreieinhalbmal höher ist So, deswegen Jungs Ich weiß, dass in der Regierung irgendwelche Opfer sitzen Und ich habe auch keinen Bock, sodass man meine Freiheit einschränkt Aber wir müssen auch Klartext reden Wenn wir Männer sein wollen Und gerade bleiben, egal um was es geht Also Genießt den Abend Tschüss Tschüss